Sieht besser aus. Ja gut, man darf auch nicht vergessen, der Fafni hat doch noch minus 15 Hitze, gell? Ja, kann sein. Macht ganz schön was aus, ja. Dafür sind die Hardpoints auf dem Marauder besser. Wie meinst du? Alle MRMs sind in den Torsos und die sind näher beieinander. Und ungefähr auf Höhe deines Cockpits, nicht niedriger. Also eigentlich besser als beim Fafni. Sehen tue ich gerade nichts, doch da sehe ich was, das ist auch ein Fafni. Und eine Kingcrab. Den Fafni gehen wir zuerst, würde ich sagen. Der Fafni geht nach rechts. Dann geht's mit der Kingcrab weiter. Geh nicht zu weit vor, geh nicht zu weit vor. Scheiße, der Name. Geh nicht zu weit, geh lieber nach hinten als nach vorne, weil ich sehe die Gegner nicht, ne? Jetzt gleich, warte. Jetzt sehe ich den Fafni. Geh lieber nach hinten, dann, wenn du die rausziehst, kann ich nämlich auch drauf schießen, sonst nicht. Da kommt der Fafni. Umdrehen, 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 was machst du denn da, was machst du denn da? Ah, Rokazar. Er lässt sich einfach in den Rücken schießen, der Junge. Ich wusste nicht, dass der mir hinterher gegangen ist. Du kriegst doch Damage von hinten. Sehr gut. Hä, wer hat den denn jetzt gekillt? Du. Okay, bei mir wurde es nicht angezeigt, dass ich den gekillt habe. Den, den, äh, die Kingcrab. Ja doch, okay. Beim Chat wurde es bei mir nicht angezeigt, okay. Okay. Mhm. Mhm.